Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11201 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Genauso wichtig wie der Inhalt eines Geschenks ist seine Verpackung. Genauso wichtig wie der Inhalt eines Geschenks ist seine Verpackung. Ich glaube, das ist genug Brennholz für den Winter. Wir werden es im Haus warm haben. Ich glaube, das ist genug Brennholz für den Winter. Wir werden es im Haus warm haben. In der Bibliothek herrscht eine angenehme Stille. Hier kann man in Ruhe ein Buch lesen. Hier kann man in Ruhe ein Buch lesen. Durch Veränderung können wir uns selbst besser verstehen und unsere persönlichen Ziele klarer definieren. Durch Veränderung können wir uns selbst besser verstehen und unsere persönlichen Ziele klarer definieren. Für unseren Hund wurde gerade ein Sack Trockenfutter geliefert. Für unseren Hund wurde gerade ein Sack Trockenfutter geliefert. Für unseren Hund wurde gerade ein Sack Trockenfutter geliefert. Nach dem Einkaufen schaue ich entsetzt auf mein Bankkonto. Kannst du dich noch an dieses Telefon erinnern? Kann man damit heute noch telefonieren? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Und gib uns bitte ein Like!